Oh, 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 oh. Ja, passt. Ja, geht gerade noch. Wenn du hier siehst, ist es ganz schwer, dich in die Beine hochzuhalten. Überleg dir, wie der Galopfe an ist. Da springen sie an, an den östen Beinen, dann kommen die Parallelbeine und dann kommt der Medi-Leck. So, wenn du jetzt ein Pferd trafst, fragst du es hier gegen die Wand. Da ist das öste Bein, da ist das öste Bein, da ist das öste Bein. Und hier machst du deine inneren Hüfte auf, um die Bewegung zum Überlockpunkt zu weiten. Hoch, hoch, ja. Im Moment hast du das Gefühl, dass du auch hier ein Pferd trafst, dass du ihn losst. Deswegen machst du den Kopf runterfällig in der Schule. Und in dem Moment, wo du anfängst, deine Hüfte mit in die Bewegung hin, das in dir abgeht, das heißt Arbeit, hast du eben, du bist sozusagen ein bisschen in der Bewegung. Du gehst einmal alles, geh da gerade rein, aber im Moment sitzt du hier unten drauf, ne. Dann fängst du hier mit den anderen. Und einfach ganz vermeiden. Und jetzt, wenn du schon mal ein bisschen anfängst, die sich für die Bewegung hinzufinden. Und immer ein bisschen, um die Bewegung hinzufinden. Wenn du gehst, dass du schon mal so anfängst, ein bisschen Workday zu gehen. Und dann rufst du dann zurück. Gut. Wir gehen zurück. Gut. Wir gehen zurück. Wir gehen zurück. Reich. Wir gehen zurück. Und dann die Hände. Gut. Wir haben zurück. Ein- und hände. Vielen Dank. Jetzt, 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 ja, hängen nach vorne. Ja, ha, 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 ha. Danke, 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 danke.